In der ersten Phase fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Fast gehalten, der war ganz eng. Kommt da noch dran, aber am Ende zu stramm das Ding. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genauer anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Bis zum nächsten Mal.